Moin. So, irgendwie scheint es hier schon wieder ein bisschen Audio-Probleme gegeben zu haben. Aber das soll uns jetzt gerade erst mal nicht weiter stören. Ich weiß nicht, warum jetzt schon wieder der Ton über beide Quellen kam. Ich habe keine Ahnung. Windows-Update, irgend sowas. Na ja, egal. Da muss ich dann schon mal nochmal drum kümmern. Aber nichtsdestotrotz, hallo Twitch, hallo YouTube. Wir machen heute weiter in Pagonia, bei den Pioneers sozusagen. Ja, das war Slot 1. Wir haben drei Stunden 18 gespielt. Wir laden mal rein. Gehen wir mal kurz auf Pause. Ich erinnere mich an die Karte. Und zwar meine ich, das war die Karte mit den Wehrwölfen, Banditen und Dieben und ich weiß nicht, was noch da alles rumgefuselt ist. Es war auf jeden Fall bis hierhin schon echt anstrengend. Ähm, die Wehrwölfe hatten wir, glaube ich, schon erledigt. Zumindest die, die da waren bisher. Die waren, glaube ich, hier in dem Bereich. Ansonsten haben wir hier ein bisschen Rohstoff-Knappheit, soweit ich mich erinnern kann. Ja. Dann schauen wir uns mal die Kress nochmal an. Ich überlege gerade, ob ich meine, diesmal meine Hand umsetze, meinen Rahmen, damit man das Kontextmenü, die Minikarte ist eigentlich nicht ganz so relevant, glaube ich. Tatsächlich, tatsächlich, wenn ich das vielleicht mal hier hinsetze, weiß ich nicht, ob das tatsächlich besser ist. Dann könnte man rechts das aufploppende Kontextmenü teilweise mal sehen, die auch teilweise hier weiter unten aufspawnen oder aufspringen. Wir probieren es mal so, weil theoretisch die Minikarte ist jetzt für die Aufnahme eher irrelevant. Okay, hier fliegen auf jeden Fall Schemen rum. Das ist nicht so geil. Also haben wir auch Geister. Gut. Cool. Ja, ich bin krank. Man hört es, glaube ich, noch an der Stimme. Das könnte heute eventuell auch noch problematisch werden. Das muss man mal sehen. Ähm, ja. Ja, ich bin etwas angeschlagen, aber nichtsdestotrotz laufen doch hier. Ach ja, Banditen. Okay. Hier, Garnison. Da haben wir schon Soldaten eingelagert. Dann werden wir uns erst mal um die Banditen-Camps kümmern. Dann werden wir uns erst mal um die Banditen-Camps kümmern. So, Schwerter laufen auf Infinity. Das ist gut, tatsächlich. Äh, Rüsteisenschild und Kettenrüstung läuft auch Infinity. Jetzt schauen wir noch mal nach den Bergwerken. Zweimal Kohle, zweimal Eisen. Okay, das ist jetzt nicht so viel. Haben wir noch mehr Eisen? Die werden hier oben abgedeckt. Das wird hier gebaut. Ach, das war der große E-Wort der Anschlussheit. Okay, das dauert dann dementsprechend noch. Lasst mal auf die Karte gucken, ob man noch irgendwo Eisen hat, wenn wir jetzt direkt rankommen. Ich glaube aber eher nicht. Vielleicht dann hier hinten, wo die Banditen sind. Das heißt, oberste... Na, obwohl hier ist Eisen tatsächlich, kriege ich hier ein Eisenbergwerk hin. Vielleicht tatsächlich. In der Straße oder was? Boah, leg mich doch in den Tisch. Das ist doch nicht wahr. Ähm, dann... Der ist deaktiviert. Warum ist der? Okay, ich habe dementsprechend keine Wachen. Das ist schlecht. Die werden aber gerade gebaut. Okay, Soldaten können wir eigentlich erstmal auf Infinity machen. Und die werden wir mit Sicherheit alle brauchen. Kommt denn jetzt hier auch noch... Das ist ein Wachtturm. Okay, vielleicht nehme ich da mal fünf raus. Das ist der hier. Und dann muss der mal kurz... Vielleicht nicht in die Richtung. Einfach mal hier einnehmen. Das Eisenbergwerk wäre tatsächlich wichtig. Gut, dann schauen wir nochmal nach Kohle. Silber, Eisen. Also hier oben müsste doch... Noch mehr Silber und jede Menge Kohle. Kohle. Der Platz reicht nicht, tatsächlich. Wir müssen die hier noch ein bisschen einnehmen. Gar nie so. Und die haben 25 Wachten. Ist das hier von Bedeutung? Mal fünf rausnehmen. 20 reichen da tatsächlich. Jo, äh, hol dir mal einen Kaffee. Was? Was? Ich schaue halt bloß dem Bild raus. Äh... Ich schaue halt bloß dem Bild raus. Okay, dann sehe ich das aber beim... Äh... Ich schaue mal einen Tipp, wo ich spiegele. Ich schaue halt bloß dem Bild raus. Ich schaue halt bloß dem Bild raus. Ah, direkt in der Facecam. Uh, no, Momentu. Wir werden keine Wünsche offen gelassen. So kommt hier aus. Vielen Dank. Ist jetzt besser? Ist was passiert? Steht die Cam? Nö. Jetzt wird es kompliziert hier. Was soll ich jetzt hier weitermachen sonst? Weil hier ist ja komplett ein Überblick. Wie gehst du denn jetzt ein Weg hierhin? Oh, was ist da? Hm. Warten wir doch einen Weg hier frei. Kann man nicht was gehen. Was steht denn hier eigentlich noch? Hier ist es noch im Forsthaus. Ah. Das erwägen. Na gut. Zum Holzverlauf. Forsthaus. Okay, das passt. Hm. Wie sieht es hier oben aus? Kriege ich jetzt hier mal Kohle hin? Irgendwie? Nein. Gut. Wo hatten ihr euren Punkt? Dann macht mal bitte hier oben erst frei. Mal hier nochmal Kölkstein. Eisen ist voll. Habe ich eigentlich schon angefangen Lager zu bauen. Eine Milliarde. Vielleicht können wir da gleich mal hier noch ein bisschen ungenutzten Platz. Hier können wir eigentlich eine Straße durch. Das passt dann nicht mehr. Ich frage mich, ob es passt aber noch. Dann geht aber hier wieder. Doch, mir passt noch ein Sinn tatsächlich. Mir passt auch noch mindestens ein, zwei. Ja gut. Ja, keine Ahnung. Ja, ich kann jetzt noch mal gucken, ob ich jetzt hier irgendwas... Hier ändert sich rein gar nichts, wenn ich in der OBS-Software irgendwas mache. Nicht mal, wenn ich es kippe. Also, die steuert hier gar nichts an. Nein. Ja, der Dings-Software in der EGADO-Software. Wenn wir natürlich auch daran liegen... Moment... Vielleicht zackst du ja so. Mal noch rein. Nein, hier ist auch ganz komisch, weiß ich nicht, kann ich dir nicht weiterhelfen, ich weiß es nicht, so, hier brauchen wir ein paar Lager, die sind quasi fertig, das ist gut, aber jetzt hier, bitte lass mich irgendwie, wenn es nicht schön ist, das haben wir, Spitzhacken haben wir keine, oh ne, Weckzeugschulde, das haben wir noch nicht, Quatsch, das kann man mal noch bauen, Schaufeln, die sieht so schaufend aus, kann man auch, Äxte, ja, geht natürlich auch, kann, ja, so, reicht das erstmal, dann, Holzwerkstatt, der kann auf jeden Fall das bauen, und den Jagdbogen noch bauen, weil hier noch echt viel Wild rumrennt, das werden wir uns noch holen, weil hier habe ich erst eine, und hier ist noch jede Menge Wild, das könnte ich auch, das ist von hier oben, wäre es richtig viel Wild noch, und gerade, wenn die jetzt vielleicht schon mal anfangen, diese Wildschweine hier überall wegzunehmen, weil die sind echt großartig, also, so, hier kann ich noch nicht, hier könnte ich, ein Boot ja eigentlich so komisch, ja, naja, er sollte doch hier Boden bauen, so, das ist die Patrouille, sollte eigentlich funktionieren, irgendwie, So, Wachtturm ist besetzt, das ist gut, mal ein bisschen Überblick behalten, ist noch keine verfügbar, wie sieht's aus mit Soldaten, empfehlen definitiv noch welche, Weischturm, Was macht meine Schatzkamera, die hat noch nichts eingelabert, hatte ich nicht noch eine? Hier, Wir müssen das, Präparation haben wir eine, wir sind hier noch meine soldaten gehen ja schon wieder kaputt bevor überhaupt ja gut okay also hier brauche ich mal auch noch welche dafür brauche ich fackeln und die leichte rüstung leichte rüstung und du brauchst man noch fackeln zusätzlich hier ist definitiv starkes kohle vorkommen weil aktuell habe ich auch noch 13 also ich hänge deutlich mit der kohle hinterher es wäre sogar angebracht zu sagen wenn jetzt hier nicht noch mal irgendwo kohle ist hier kommt gleich noch mal kohle hier ist schon welche aber kriege ich hier schon eine straße durch sie nämlich nicht so muss ich mal versuchen noch eine kohle zu bauen so wie sieht es aus mit diesem herz ist okay diesen barren wie viel schmelzen habe ich drei stück werde ich früher oder später auch noch eine weitere brauchen eventuell dann sogar eher hier hinten wenn hier noch mal kohle ist könnte sein dass hier irgendwo noch mal anderes erz kommt dass mir weiterhilft wo willst du noch kohle ach du willst hier schon ein bisschen okay ansonsten ist ja nichts weiter was hast du jetzt hier kein personal was fehlt dir denn spitz zackern ist schon auftrag gegeben dauer war aber zu lange nicht richtig schade habe ich dann schon dieses handelswager und handelszentrum hier sollte ich wenn hier vielleicht macht das sind die jetzt schon mal zu bauen einfach um die fraktion schon mal auf meine seite zu bringen oder sogar tatsächlich die komplett dann einzunehmen das ist jetzt auch nicht so ich baue mal ein paar wege hier hin so dann brauche ich ja auch noch die handelsträger 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 brauchen rucksäcke die muss ich in der schneiderei hier geht das geht langsam los hier dann werden aber die also ja wir haben dann quasi auch noch keine arbeiter solange nicht genug schnitz hatten da sind kommen keine soldaten da warum nicht schwer da habe ich aber ich habe keine rüstung die haben nichts und die watten drauf stimmt weil in der kohle ist da die schmelzen den feld kohle darum könnte ich verstehe damit das nennt wetter waren dabei auch schon die volle kraft ich habe schon wieder einer verloren gegangen steine sind auch noch ein bisschen stein selber sieht gut aus das heißt ich könnte mal noch bauen eine ein bein mit den Der produziert dann aber nur Grenzsteine, dann geht's schnell auf. Okay, Handelslager ist schon mal fertig, da haben die schon mal Unterkunft. Das werden ja mal weniger WTF. So habe ich mir das jetzt nicht gedacht, tatsächlich. Unvollständig, aber er arbeitet schon. Das ist mal was. Okay, Eisen geht bergauf. Ruhle ist gerade relativ ausgeglichen, erholt sich aber gerade. Und die sind noch nicht besetzt, das ist gut. Also nicht gut, aber ist okay. Was macht ihr da? Was ist denn jetzt für ein Denkfehler? Das sind doch Wachen. Haben die hier irgendwas verändert? Das ist mein Eroberungspunkt. Wenn ich die... Hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Wie geht's da? Hier läuft doch was schief. Das haben die doch von Chris knaddelt hier. Wieso nehmen die nicht ein? Ach, die haben keine Grenzsteine. Okay, die können sich hier quasi zurückziehen und erst wenn Steine da sind, gehen die dann wieder... Oh, es werden nicht mehr Soldaten. Das ist nicht schön, tatsächlich. Scheitert tatsächlich an der Kettenrüstung. Müssen wir kurz beide Kettenrüstung bauen. Und wir bauen noch eine Schmiede. Mälzer. Warten wir hier sind es zu lang. Okay, vielleicht... Hier passt es nicht hin. Ich hätte die ja gerne irgendwo ein bisschen in die Nähe von Eisen und Kohle gesetzt. Naja, dann wird das mal hin. So... Okay, hier ist nämlich Eisen weg. Kacke. Dann ist auch hier Eisen weg. Dann kriegen die aber schon mal Personal. Dann wird es aber wirklich eng mit Eisen. Dann habe ich ja nur noch mal Eisen hier. Ich brauche definitiv mehr Eisen. Kacke, 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 kacke. Okay, hier kommt noch mal ein bisschen Eisen. Aber hier kann ich noch nichts so richtig hinbauen. Obwohl hier könnte ich... Okay, 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 okay. Dann sollte Kohle jetzt devieren. Perfekt. Und zwölf Soldaten ist halt echt nicht viel. Hier sind keine drinnen. Hier sind keine drinnen. Hier sind keine drinnen. Hier sind keine drinnen. Ja gut, das könnte problematisch werden. Silber und Kupfer wird es hier noch geben. Okay. Das heißt, die müssen weg hier. Egal wie es ist. Hier ist jetzt einfach... Kann ja nur schief gehen. Oder kann ich direkt jetzt auch diesen Angriffsbefehl gehen? Ja, ne? Ja, ja. Greifen an und ziehen sich dann theoretisch wieder zurück. Mal gucken, ob das jetzt klappt. Mal schauen, wie weit wir mit unseren zwölf Soldaten kommen. Mal schauen, wie weit ihr gehört. Mal schauen, wieいつ drinnen? Mal schauen, wie weit ihr habt? Mal schauen, wie weit ihr scheint. Mal schauen, wie viele waren die Böden? 11 Soldaten, aber bisher sieht es ganz okay, 10 Soldaten, 9, 8, 6, oh kacke, was ist denn das hier für eine Elite, wahnsinn, wow, das war sehr knapp hier, tatsächlich, wow, wir greifen doch an, okay, oh, okay, es sah gut aus am Anfang, hat dann stark nachgelassen, tatsächlich, okay, wir brauchen Wachen, was fehlt jetzt zu den Wachen, ich habe, so, die habe ich nicht, oh, Eisen, 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 okay, also hier kommt nochmal Eisen, gut, 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 okay, passt, wir machen jetzt quasi auch weiter, Steinmühle, Sement, Steinmetz, wo habe ich den anderen Steinmetz von Sandmist, hier, der baut aber, ist gut, Eisen geht klar, die hatten jetzt aber nicht viel Diebesgut hier, ein bisschen Leder, Verstecker, Kürbis, so ein Zement, ansonsten hatten die hier gar nicht viel, so waren das nicht die, die mich hier regelmäßig richtig beklaut haben, nicht gut, Stöcker, jetzt nicht Stöcker, Brennholz, kleine Stöcke, so, ich habe demzufolge noch kein Handelsposten entdeckt, das ist sehr schade, dann bauen wir erstmal noch ein Baustättencamp, und eventuell vielleicht hier sogar mal noch eins hin, genau, das ist ein Mischmaß aus Stöcken und Brennholz, korrekt, ja, das ist eine tatsächlich sehr gute Frage, angepeilt habe ich vielleicht so 20 Uhr, so dass ich quasi zwei Aufnahmen hin kriege von A zwei Stunden, so, dann könntest du tatsächlich Starfield weiter machen, ja, fängst ja eh meistens so gegen 20 Uhr erst an, ne, befürchte aber ich werde es bis 20 Uhr nicht schaffen, diese Karte zu Ende zu spielen, WTF, warum bekomme ich hier kein Material, ich verstehe das gar nicht, es müssten doch jetzt, die produzieren doch, verstehe ich gerade nicht, ja, klauen wir halt schon wieder alles, wenn es wieder ein Bandit, aus irgendeinem Grund habe ich hier den mal Entdecker Posten, geh mal bitte, was wollen kannst du eigentlich, entdeck mal hier bitte, auch das Handelszentrum, vielleicht haben die was Schönes Kostenloses für mich, Kohle, hier kann ich nochmal irgendwo Eisen, das ist jetzt auch nicht so geil, okay, aber hier habe ich auf jeden Fall schon mal, eine Silberquelle, aber ich komme hier nicht vorbei, ernsthaft, so, Silber, es ist nicht viel, aber, dann habe ich nochmal, und Silber, ein bisschen Kupfer, wie sieht es mit Kupfer aus, habe ich erst eine, ja, da holt du noch Kupfer ab, ja, ich habe letztens hier schon gemerkt, bei der Karte, das ist alles ein bisschen langsamer, die funktionieren ja tatsächlich ganz gut, die nehmen Gebiet ein, bis wahrscheinlich die nächsten Gegner hier irgendwo auftauchen, so, Stein, 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 Kohle, und so, okay, hier ist sowieso toter Platz, hier passt natürlich noch nichts, oh Gott, wird das Zeit, dass dieser Patch kommt, diesen kleinen Lagern, das ist echt anstrengend, obwohl, so wie ich es rausgelesen habe, macht es wahrscheinlich keinen Unterschied, ob ich die kleinen Lager baue oder ein großes Lager, weil der Platz, also du hast keine Vorteile, es braucht genau den gleichen Platz, das ist ein bisschen ärgerlich, das eine, du kannst es halt als ganzes Gebäude bauen, also die haben ja quasi noch keine Bruchlager auf hinten, da ist immer noch keine Spitze, wie viele Bögen habe ich, okay, Bögen kannst du erst mal aufhören, danke, Wackeln, keine, okay, perfekt, Sperre auch nicht, Hölfe, es werden endlich Soldaten produziert, Schwerte verrückt, das heißt, hier sollten es dann irgendwann mal mehr werden, keine Spitzhacken, toll, der hat hier Eisen und Kupfer und, hast du nicht gesehen, Stein, Kupfer, kommt hier nochmal, oh, okay, ich war hier schon wieder angegriffen, zu welcher Innate gehörst du? Was hast du denn noch genutzt? Was hast du denn noch genutzt? Ich hasse diese Bandine, so, Handelszentrum aufgedeckt, perfekt, das heißt, ich kann jetzt hier nichts machen, toll, kein freier Handelsposten, hä? Okay, es ist noch nicht hundertprozentig aufgedeckt, das ist ja kacke, also hier ist es, aber es ist noch nicht, oh, ich kann jetzt auch nicht komplett gerade aufdecken, weil permanent Gegner kommen, und meine verscheuchen, cool, das macht ja schon wieder Spaß, ist hier auch noch irgendwas sinnvolles, was ihr entdeckt habt, du gehörst zu dieser Garnison, oh nein, wir sind hier schon an der Grenze, okay, also muss hier quasi eine neue Garnison schon mal hin, ach, ja genau, und die passt nicht, leck mich in die Tasche, Jo, gute Fahrt schon, wo, ah, was willst du, Silber, oh, nä, wie viel, 20 Silberbahn, Teurer Spaß, sehr teurer Spaß, na klar, du willst natürlich, 40 Eisenbahn, wow, und ich wundere mich, nee, halt, stopp, halt, mach mal Pause hier, forget it, ich wundere mich, warum mir nirgends sowas ankommt, und, Das war's für heute. Spiege ich? 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 Ach man... Hier vielleicht... Das... Platz einnehmen hat jetzt hier so gar nichts gebracht. Das hört mal Englisch. Shit. Das hört mal Englisch. Shit. 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 Ich weiter. Es heißt wir müssen in die Richtung. Was macht die Werkzeugschmiede? Oh, Spitzerei! An sich Silberbomben, ich bin nicht arm danach. Jetzt kichten wir viele Wildschweine, das gefällt mir gar nicht. Jetzt müssen wir noch ein bisschen in Schach halten. Vielleicht sollte ich dann hier auch in die Wildgebiete relativ ungenutzt aus. Und wir wollen hier kurz labern und sagen Zutaten von Fleisch. Die Straße, Weltschwein, Reh. Dann ist da hier noch um die Naturprodukte, da ist dann wieder das Leder. Haben wir noch irgendetwas? Was ist das? Was ist das? die haben das jetzt hier gestoppt es hilft nichts ich brauche mehr eisen hier würde gar nicht so funktionieren das muss ich nur einen weg finden hier geht es hier eine möglichkeit mehr erst mal noch nicht erst mal gar nichts das könnte mal noch verbunden werden was passiert die sind echt aggressiv hier zieht euch mal zurück natürlich kommen jetzt hier wieder banditen gelaufen wow 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 kann man doch nur ausrasten was brauchen wir für die etwas besseren wachen und schlackettenrüstung ist ja auch quatsch brauche ich schon für meine soldaten das wird ja schon nix ach meine ruhe ja genau klaut mir einfach alles hier werden nochmal eisenerz ja das müssen wir uns nicht schauen hier ganz wichtig ganz ganz wichtig dafür brauchen wir dann aber noch mehr schwitzhacken helfen die noch oder nicht mach einfach schwitzhacken und gut das heißt du bist ja dann auch gleich komplett ausschöpft wenn das bisschen weg ist das wort ein harter client hier werden noch ständig die banditen und diebe ich gut dann wenn die hier mein ganzes silber haben ist aber schon einiges raus das habe ich gesagt wie viel schmerzen habe ich hier das muss doch eigentlich reichen das ist ja schon irgendwas eingeleimert nein ok bist du grün brauchst du nicht grün sagen doch fast alles haben wenn hier eine garnison ist dann könnte ich tatsächlich ob hier noch ein militär camp irgendwo hin basteln dann geht es schneller dass verfügbare einheiten wieder nachgereicht werden ja gut da in den dekorbisten ich kann nun ja auch hier noch irgendwo in den dekorbisten noch mal bei hier hat die schwerte das lager prinzip es sind so viele lager auch immer noch frei gewesen innerhalb der stadt er wirft es genau in die die am weitesten weg sind also das ist manchmal kurios das ist es ist es ist es ist kurzzeitig ein bisschen wald wachsen nur nicht zu lange ihr jetzt hier nicht mal langsam alle arbeiter und was voll silber ist gleich voll hier fehlt noch komplett also hier wurde ich angegriffen soldaten hierhin weiter einnehmen scheinbar wird jetzt auch das scheint auch neu zu sein wenn ich das gebäude deaktiviere wenn der einnahme werden nicht nur nicht nur dass keine neuen grenz steine nachkommen vermutlich werden die gelieferten auch wieder ausgenommen auf andere verteilt wo eisenmörder entdeckt das wusste ich schon tatsächlich gar nicht so gut ich könnte natürlich ja mal 55 lager auf 1, 2, 3, 4 lager sind nie verkehrt ich weiß nicht was er einwirft aber das passt eigentlich alles ich bin mir gar nicht sicher wenn ich jetzt sagen würde gut hier hinten ist gerade ungünstig glaube ich ich würde mal versuchen einfach häuser noch zu bauen also wenn die die kohle abgebaut haben sollte hier auch die straße dann noch lang gehen können dürfen macht es Sinn hier hinten einfach mal wohnhäuser zu setzen ich meine sind dann die arbeiter schneller die werden sich zwar dadurch nicht reproduzieren ich muss ja eigentlich auch eine gute stellung nach häuser zu bauen wollen wir ja weil sie ein bisschen weit machen da habe ich dann noch platz hier ist noch ein bisschen platz das ist nicht hier unbedingt lang nicht unbedingt lang ist nicht so gut ich gehe doch was schlug jungen du bist ja oh Millitäärkabel ich gehe doch mal wir sind schon mal auf dem weg das ist gut das ist sehr sehr gut hier noch drei silberbahn hier oben sind neue außenposten aufgekloppt ach die gehören zusammen handelszentrum handelsposten das habe ich jetzt quasi auch entdeckt habe ich jetzt beide schon tatsächlich grenz steine gegen kupfer oder eisenland gegen kohle magische fackeln also ich auch kühl könnte ich die besseren waldläufer bauen mal gucken ob das jetzt ausreicht dass sie zumindest freundlich sind weil dann könnte ich eventuell ja andere dinge dann könnte ich hierfür nichts eisenbahn kriegen das wäre tatsächlich richtig gut und smaragde für zement wurde auch gehen habe ich in überproduktion magische klinge gegen leder sehe ich auch das war schon ganz gut dafür brauche ich aber jetzt noch zwei silberbarren die soldaten sind schon mal voll ist cool so fehlt dir was eigentlich säcke keine rucksäcke mehr ich stehe nicht vor uns im dauer schlägt ihr könnt also raus hier ist nichts mehr zu holen schneiderei schneiderei sehen wir hier schneiderei rucksäcke macht mal rucksäcke lachs habe ich zu wenig flachs da könnte man überlegen besten flachs da müssen wir doch was hier hinkommt da müssen wir doch was hier hinkommt da müssen wir doch was hier hinkommt das sollte aber reichen und hier eine getreideverprobe stoffe machen wo ich Und du brauchst aber nur Lachs an perfekt und du brauchst aber nur und kriegst du auch gleich noch einen Brunnen noch besser und ihr wollt ja sicherlich auch auch hier wohnen. Das ist nicht so weit. Perfekt. Stein, Stein, Eisen. Noch mehr Eisen. Sehr gut. Was bist du? Dann die Richtung, bitte. Silber. Jetzt wird es witzig hier. Werden noch kein... Die Gegner nicht weit sein, wollte ich gerade sagen. Kann ich die aber jetzt schon angreifen? Bevor habe ich die jetzt gesehen? Ja, kann ich. Natürlich sind es wieder zwei Lager. Es ist zum Mäusemelken. Angriff. Angriff. Rückzug, 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 rückzug. Ich habe abbrechen gedrückt. Rückzug, bevor die... Ey, Leute. Junge, ich habe rückzug gedrückt. Nö. Für was ist der Button denn da? Wow. Wow. Oh. 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 Okay. Muss man nicht verstehen? Okay, aber hier wäre auf jeden Fall mal wieder Eisen. Was noch alles in Ordnung aussieht, leicht. Okay, aber wenn hier hinten Kohle ist da, Kupfer, Silber. Dann baue ich ja hier demnächst Eisen ab. Dann fände ich hier auch noch mal eine Schmelze setzen. Alles kann. Ich glaube, es kann, was die benötigt. Hammer und Zange? Ich glaube. Aber das war ja jetzt wirklich. Angriff abbrechen, zurückziehen. Was passiert? Nichts. Gut, dann. Es geht tatsächlich langsam bergauf mit dem Eisen. Kriege ich jetzt hier eine Straße hin oder nicht? Wie das geht? Habt ihr jetzt hier so weit frei? Nee, noch nicht, ne? Komm hier nicht vorbei, hier nicht vorbei. Ungünstig platziert. 10 von 10. Naja, gut. Also, ich kriege die Bevölkerung irgendwie unter, ja? Silber. Okay, ich muss mir das Gebiet hier definitiv sichern. Vielleicht sollte ich aber nur 20 anpeilen und 5 Soldaten. Vorsicht, Silber. Oh, du bist fertig. Sehe ich das richtig? Das hat nicht gereicht. Boah. Äh. Ich hab so einen ganz dummen Verdacht. Ich wusste es. Ich muss das bauen, um die passende Reputation zu kriegen. Eieieieie. Eieieieie. Shit. Sieben. Er verarscht mich. Weg mit dem Camp jetzt hier. Wo lauft ihr hin? Hier unten ist nicht noch was, oder? Ich flipp aus. Jetzt funktioniert es, oder was? Ernsthaft? Okay, dann breitet euch mal hier hin aus. Schmelze du, was fehlt? Zange. So, die sind überwegs, ja. Ja, 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 ja. So, die sind eigentlich nicht ein paar Schritte. Das war mein Video, unterdrückt. Die R-A-R-A-G. Okay. Also, max! hier läuft noch hier läuft auch noch okay 50 keine übrigen den habe ich schon der tun noch der nimmt immer noch land ein okay was den gegner müssen wo sie jetzt schon wieder Dann nicht in die Richtung gehen erst mal, sondern geht mal in die Richtung. Okay, dann mehr Soldaten. Ich glaube, ich kriege jetzt schon ein bisschen Bonus durch Silbermünzen und Kupfermünzen. Auf meine Soldaten, das ist tatsächlich ganz gut. Ja, da muss man ja umplanen. Echt mies versteckt ja teilweise. Okay, du hast wahrscheinlich nichts mehr? Okay. Das bedeutet, es sind wieder freie Kapazitäten. Hier geht natürlich keine Straße durch. Gut, dann nicht. Sollte die ja relativ schnell besetzt werden. Ja, ja, perfekt. So, Kalkstein gibt es hier noch. Das ist auch gut. Obwohl ich zement-technisch müsste ich ja... Das sieht aber eigentlich nicht gut aus. Eisen. Perfekt. Ich glaube, hier kommt noch... Oder war das das, was ich... Hier ist definitiv noch mal Eisen. Cool. Nehmen wir mit. Das ist gut. Die läuft hier auf leicht. Jetzt haben wir jetzt hier keine Kohle. Dann baust du hier Lager. Bergbau. Lagerst du dir mal Eisen ein. Und es ist näher an das Schmelzen. Und hier kriege ich kein Lager mehr hin. Du nimmst... Kohle. Und noch eins, was... Silber. Der Flax geht auch scharf. Das ist gut. Da sollten wir jetzt eigentlich auch keinerlei Probleme mehr haben. Hoffe ich. Scheinbar noch nichts geerntet. Ja, guck vorn. Brauch ich guck mal eigentlich nicht. Brühe eigentlich aktuell auch nicht. Jetzt fehlt mir hier nichts. Ne. Ne, 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 ne. Dann lieber mich hier drauf konzentrieren. Dass er das fertig baut. Das ist wieder so... Äh... Das muss noch einen geben. Das ist wieder so eine... Oh... Kacke. Das ist ein Geister. Hier ist noch ein Giebeslager. geil. Es muss irgendwo einen zweiten Eber geben. Den wir noch nicht entdeckt haben. Kacke. Dann brauche ich die beiden, um da freundlich zu werden mit denen. Und hier für die Leyland brauche ich mit Sicherheit die Außenposten. Toll. Sehr schön. Oh. What? What? Okay, das wird nicht witzig. Uff. Ähm. Nö. Soldaten, ja. Shit. Nicht so cool. Okay, also ich habe jetzt hier gar nicht so... Das ist ein Baustellencamp. Irgendwo bräuchte ich mal noch... Wie ich hier was baue? Was anderes noch? Nee, das ist ein Baustellencamp. Nee, ich habe noch mit der Tag haben. Nee, ich habe noch mit der Tag haben. Nee, ich habe noch mit der Tag haben. dann arbeitet euch schon mal nach hier hin fahren so aber jetzt flachstechnisch sieht es besser aus freilich sind hier überall liebe und geister leute bitte 39 waldläufer geht damit finde ich englisch gegen die ganz gut vorgehen seid ihr auch die oder banditen sind sind auch die das anders sehen und nicht sehen was auch die ordentlich die bis gut oder sollte ich lieber die erst mal weg machen ja doch so wird und Wenn ihr so gut gegen Diebe seid, dann macht es auch kaputt. Sind die jetzt so gut dagegen, sterben auf jeden Fall ziemlich schnell weg. Bin ich mir noch nicht so sicher. Was sind doch Geister hier hinten? Okay, also hier müssen noch irgendwo Diebe auf Räuberzug sein. Oh, hier ist noch einer. Die sind noch unterwegs, weil das Lager wird nicht eingenommen. Die sind noch nicht so sicher. Die sind noch nicht so sicher. Ach, hier ist noch mal Eber. Ich wäre verrückt. Hier ist tatsächlich einiges an Material, was ich gut gebraucht könnte. Hm, aber die Scheine ihren Raubzug noch nicht beendet haben, dann werden die schon Irrtmann kommen. Was sieht jetzt hier aus? Oh, jetzt ist es auch gut hier. So Eisentechnisch sieht es jetzt echt gut aus. Du lagerst ja ein, ich brauche noch eine Schmiede, ist mir egal. Äh, Schmelze, ich sage mal Schmiede, ich meine Schmelze. Und die Schmelze, ich habe gesagt, nur Zangen. Ist eigentlich noch. Oh, ja, okay. Oh, okay, man, look. Oh, okay, man, look. Oh, okay, man, look. Oh, jetzt, ach so. Gut. Hab das jetzt hier geregelt? Nee. Was ist denn jetzt? Hä? Was ist denn? Das ist mir seitdem. Ich bin kommin. Okay, ich bin. Oh, nein. Ich bin. Oh, nein. Aber irgendwo müssen doch die Diebe noch sein, dass das Lager hier nicht weggeht. Ich verstehe das gar nicht. Aha. Aha. Nicht mit dem Commander, Freunde. Nicht mit dem Commander. Ich habe nur drei Soldaten. Aber wie der Kampf aussieht, das sehen wir gleich. Ich mache eine ganz kurze Pause. Zu. Da bin ich auch schon wieder zurück. Wir machen nahtlos weiter. Der passt alles. So. Wie viel sind denn das noch? Und immer noch nicht eingenommen. Endlich. Okidoki. Dann könnt ihr eurem Punkt zurück verlagern nach hier. Der Einnahmepunkt ist gesetzt. Das wird eine Weile dauern. Englisch kann ich doch hier auch erstmal alle rausnehmen. Die wissen das alles noch Diebe. Nee, das sind keine Diebe hier. Das sind alles Diebe hier. So. Warum produzier ich schon wieder keine Soldaten? Nein, das kann doch nicht sein. Geht das nicht. Die bauen einfach keine Kettenrüstung. Ich brauche jetzt mal schnell Kettenrüstung hier. Von beiden. Weil Schilde habe ich noch. Die Mappeltenbau hier. Das ist auch irgendwie kurios. Jetzt habe ich so viel Schmied. Oh, du bist leer. Ok. 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 Die habe ich schon bei 70%. Aber das reicht immer noch nicht. Ok. 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 Irgendwas leer geworden ist schon. Wie weit bist du? Hier fehlt theoretisch erstmal nur noch einer. Das ist gut. Ein Eisenbahn. Den Arm. Du hast nichts mehr? Okay. Dann kannst du aber weg. Weil dann kann ich theoretisch auch endlich diese Straße. Lückt schon. Perfekt. Ich brauche gar nicht dahinter laufen. Ihr werdet eh wieder verscheucht. Okay. Aber wenn ich jetzt hier wieder 10 Waldläufer habe. Und gleich noch die Soldaten dazu. Gucken wir mal hier gucken. Waldläufer werden unendlich produziert. Fackeln brauche ich. Ich brauche mehr Fackeln. So. Die werden sich geteilt mit den Wachen. Facken aber jetzt. Extra Holzwerkstatt bauen. Oder? Brauchen wir noch eine Holzwerkstatt. Ich möchte die jetzt aber auch dann nicht zu weit weg. Weil sonst... Finde ich die ja nie wieder. Gut. Dann baust du die Fackeln. Ja, könnte ich ja sogar eine doppelte Produktion ist ja eigentlich egal. Und jetzt spät habe ich jetzt auch nicht so viel. Wachen. Mit Vergang. Ich habe es gelieb. Mit Wachen erst mal. Um zu sagen... Stopp. brauchen. So, die sind vollständig. Hier fehlt jetzt noch ein Soldat. Redet euch schon hierhin aus. Das ist tatsächlich gut. Eigentlich könnt ihr auch erst mal die Richtung gehen. Das war der falsche. Der wird ja dann das gleiche wieder haben wollen mit dem Eisen. Der wird ja noch gar nicht fertig. Der gleiche war vermutlich. Ich weiß nicht, ob das einzelne zählt. Ob das dann schon reicht. Als nächstes, nee, gegen was kämpft ihr? Jetzt habe ich mich gerade gefreut, dass die hier fast vollständig waren. Nichts widerlich. Egal, rein da. Die haben auf jeden Fall ordentlich Ressourcen von mir. Schraufeln, Spitzhacken, Äxte, Schwerter, Zangen ohne Ende. Junge. Das war das Seil. Schätze. Leder. Ja, das kann ich mir alles wiederholen gleich. Ihr habt doch auch so einen Haufen Mist. Angriff. Abbrechen. Abbrechen. Dann könnt ihr euch auch zurückziehen. Nee, das ist schon mal gut. Das ist alles mein Zeug. Der Aufnung. Das geht nicht. Tauschen wir mal ein bisschen aus hier. Seht's hier aus. Fehlt da mal. Das ist jetzt relativ eingenommen. Das ist gut. Dann kommt hier definitiv noch mal Eisen hin. Was haben wir hier noch? Kalkstein. Aber Kalkstein proben ich gerade nicht. Normal. Das wäre Quatsch. Das kommt hin. Wow, muss ich jetzt echt hier umson rum? Und hier komme ich nicht durch. Nicht euer Ernst. Das fehlt ein paar Zentimeter. Das ist nicht wahr. Tochter. Beleben Tote Rochen von mir. Cola. Okay. Jetzt muss doch jetzt mal hier mit der Produktion bergauf gehen, ich verstehe das nicht. Hier hast du Segen. Kann ich mal wieder nachproduzieren? Was ist denn nur schon wieder hier? Warum? Das Silberkupfer ist weg. Dann ist hier nur noch Stein und ein bisschen Kohle, das wird auch nicht mehr ewig halten. Ich freue mich was neu zu bauen, zack, ist es wieder weg. Kann ich eigentlich hier noch eine Verbindungsstraße bauen? Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber... Du bist also fertig. Das war's. Okay. Weniger spektakulär als gedacht, aber gut. Dafür ist der Eisentagebau jetzt hier öffentlich unterwegs? Was ist denn nur? So! Oh! dann lasse ich quasi das hier einnehmen bis ich alles habe dann den rest dahinten einnehmen und dann den eber wie sind die schämen ist nicht cool ok also meine rühlen auf jeden fall schon dinge raus ist gut schämen sind gut und cool uns aber auch gleich noch dafür brauche ich aber als der abenteurer gilde ich habe ich jetzt von denen die stopp ich mal die zieren mal hier. Guck mal, ob die sich 10 ausreichen dafür. Okay. Meine Minen versiegen nach und nach. Das ist nicht cool. Kohle, Kupfer. Das hast du ja noch alles dabei. Aber hier ist auch noch alles Kohle. Oh Mann. Ich hole meinen Stuff auf jeden Fall zurück. Achso, Silber. Hier ist noch ein bisschen Silber zu holen. Tatsächlich. Hier ist noch Silber. Oh. Aktuell habe ich noch oft Tasche Silber. Gut, dann baue erst mal den Weg jetzt hier fertig. Okay. Dann geht das hier vorwärts. Und du nimmst jetzt Landrichtung Silber ein. Okay. Ja, ja. Ich war angegriffen. Natürlich war ich immer. Ja, genau. Ich war nicht. Ich war nicht. Ich war nicht. Ja, ich war nicht. die richtung ja das ist diesmal ganz schön muss aber unbedingt hier noch das eisen einnehmen sonst ist ja auch gleich in dem gelände aktuell deutlich mehr findet theoretisch mehr schmelzen gebrauchen so blöd wie es klingt schon sechs stück habe ich weiß nicht ob das so richtig gebalanced ist ob das so sein soll ich bin mir da nicht so ganz sicher jetzt gucken wir hier mal an die gamison hatten wir schon zehn die man dagegen wer war jetzt wer war jetzt gegen gegen die schirmen gut vermutlich nicht die draufgänger wir können es nur probieren fünf zu machen ich weiß nicht wer jetzt hier geht noch was rein aber ich baue mal eine schatzkammer kann man eigentlich nicht im zu genüge haben jetzt kannst du die nicht weiter vorziehen schon wieder ein kaffee schon gut wer ist jetzt gut gegen schirmen ich weiß es tatsächlich nicht ob man das jetzt jetzt schnell 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 oder was passiert hier wo wollen die hin die soldaten werden flüchten denke ich okay die waldläufer funktionieren ich schätze die waldläufer die haben mich überholt hier in hier in hier ist hier in hier hier in hier in Oh, 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 oh! Was? Was? Was ist da jetzt kaputt hier? Ist was los? Dann greife ich den an. Oh, hier gibt es Sammelbares. Da hatte ich ja bisher noch gar nichts gefunden. Was bist du eigentlich? Du bist ein Träger. Warte, ihr werdet doch die... Zerstör doch jetzt bitte das Nest. Das gibt es doch gar nicht. Geht doch. Eins ist weg. Dann gehen wir jetzt hier hin. Ich hoffe, hier sind nicht noch mehr von denen. Ach, die müssen wieder warten, bis die zurückkommen. Dann... Äh... Ja, ich dachte auch, ich habe alle Geister vernichtet, Jungu, aber... Siehst ja, frisch war es aufgedeckt, die auf der Karte erscheinen neue. Also werden mit Sicherheit auch noch mal irgendwo Werfhilfe kommen. Das ist doch Mist. Dann nehmen sie wieder ab, meine Waldläufer. Wieso übernimmt der das jetzt hier immer nicht? Draufgänger... Und da draufgänger habe ich eigentlich viele. Komm, mach doch den einen Geist noch weg hier. Tatsächlich. Dann müsste es das doch hier gewesen sein. Obwohl der draufgänger hat... Ich verstehe das nicht. Es waren immer noch nicht alle. Erste Zeit. Nö. Geht langsam. Kein Problem. Es hat sonst nichts zu tun. Habe ich auch nicht, aber trotzdem. Ich sage halt so. Das war es immer noch nicht. Ey, das kann doch nicht sein. Wau. Oh nein. Ich seh doch schon. Ach nö. Kommt ihr jetzt alle einzeln hier im Bündentakt oder? So. Wir können aber jetzt mal Richtung hier gehen. Okay, das war's. So. Wo laufen die immer lang? Hier. Okay, dann. Lustiert euch mal hier bitte. Wieso habe ich denn schon wieder keine Soldaten? Leute. Macht ihr hier irgendwas? Jetzt fehlen Schilder oder was? Ich flippe hier aus. Okay. Schwerter. Schwerter. Silbertegen können wir auch mal Pause machen. Hier ist kein Stau. Also nicht viel. Oh. Die stehen hier schon wieder rum. Das heißt, ich habe schon wieder nicht genügend Militärcamps. Und da hier oben ja schon wieder Diebe gelaufen kam, versuche ich irgendwo hier mal noch ein Militärcamp zu platzieren. Was jetzt nicht unbedingt. Der wäre jetzt gut. Oh, hier gibt es wieder neue Silber. Das ist doch sehr gut. Zwar nicht so viel, aber... So, die Schmelze ist fertig. Ja. Das reicht immer noch nicht mit den Schmelzen. Sieben Stück habe ich schon. Das ist doch nicht normal. Geil. Ugh. Ich habe keine Bögen mehr. 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 Hier scheint relativ in dem Gelände zu sein. So weiter kannst du auch gar nicht. Dann ist ja egal. Dann Zeit für die nächste Garnison. Wer kann die wieder nicht bauen? Das ist verschwendeter Platz. Okay. Dann kann ich die Garnison im Wald leer machen. Gut. Haben wir das jetzt schon mal relativ wieder in den Griff gekriegt? Denke ich materialtechnisch. Das sieht auf jeden Fall erstmal alles wieder deutlich entspannter aus. Bis auf diese blöden Eisenbahnen. Die einfach trotz sieben oder acht Schmieden, die ich bereits habe, sich irgendwie nicht vermehren. Ich verstehe es nicht. Und dann sind wir hier quasi an der Einnahme Richtung unserer gestohlenen Gegenstände. Da kann man nochmal kurz drauf gucken. Hier liegt auf jeden Fall Rüstungsstoff. Schwerter müssten das sein. Silber, Zement oder Silbererz. Können auch auf dem Degen sein jede Menge Silberbarren. Also da, das lohnt sich hier nochmal zu holen. Eine Schatztruhe. Schild? Das werden wir auch gleich erreichen. Wenn ich nicht schon wieder irgendwo angegriffen wäre und ich weiß nicht wo. Hier, hier seht das noch. Ja, ja. Wieder. Und wie wir unser Zeug wiederbekommen, wenn wir das Grenzgebiet hier eingenommen haben, sehen wir natürlich im nächsten Video. YouTube an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Simon. Vielen Dank.